Was ist das Teamwork? Speziell in unserer Garage ist das Teamwork. Das ist etwas, das sehr wichtig ist. Wenn man in brenzlichen Situationen ist, dann ist es hier cool. Wenn man sieht, dass einem Stress ist, dann kommt man jemandem zu helfen und man ist nicht alleine gelassen. Darum schätze ich das auch sehr fest. Wir führen bei uns alle Reparaturen durch, die anstehen. Wenn wir ein relativ kleiner Betrieb sind, muss jeder alles machen. Dadurch ist unser Job sehr abwechslungsreich. Der Lernende sieht bei uns in verschiedensten Bereichen rein. Obwohl er die Ausbildung zum Echatroniker oder Fachmann macht, sieht er auch verschiedene Bereiche im Verkauf, Ersatzteillagen oder die Karosserie. Es ist alles sehr nahe beieinander. Was ist das Teamwork? Meine Freunde und Kollegen, wo sie gehört haben, dass ich bei einem frei die Lehre mache, haben gesagt, das finde ich noch cool. Uns ist eine grosse Firma. Und somit haben auch viele Möglichkeiten an Weiterbildung oder einfach, man lehrt viel. Was mich bewegt hat, um hier nach der Lehre zu bleiben, ist das Team. Das Team ist etwas sehr wichtiges. Eine gute Stimmung, das habe ich hier. Man hat verschiedene Arbeiten, sei es Service, grosse Arbeiten oder auch Diagnose. Das macht mir Spass. Darum bin ich froh, dass ich hier in dieser Firma bleiben darf.